feindlicher angriff die rune ruft so jetzt sind wir noch mal versteinern also mit ihrem versteinern ist sie gar nicht mal schlecht ja schlüssel des generals benutzen so quespo wurde aktualisiert auf mein schnarchen wir haben jetzt schon sofort wieder als und weiß und alia kommt auch und eine ganze armee an kartei 19 kartei an der zahl auf meinen zeichen und los mir nach und los da war es noch 18 kartei schließt die reihen die rune ruft schließt die reihen was wünscht die rune sie zurück verstärkt die deckung sie sind überall haltet durch männer ok ich hab mir wohl vergenommen auf mein zeichen ist die frage nachschub werde ich keinen kriegen an kartei was irgendwie sinn macht wird sofort ausgeführt hier schnell mir nach und los so jetzt kommt ein problematischere teil folgt mir bringen wir es zu ende sie sind mein kommando haltet durch männer schlag sie zurück sie sind überall zu befehlen wieder ein hero verloren ja vorwärts schlagt sie zurück auf meine mir nach folgt mir sie sind überall sie sind überall feindlicher angriff schlägt sie zurück verstärkt die deckung schlägt sie zurück verstärkt die deckung auf meine befehle ok vorwärts das haben wir gerade noch so gemeistert bereit sofort hier ist noch zeug drin gewesen geister auf ok hier was wollt ihr frisch ans werk so mit den beiden porte ich mich jetzt mal zurück zum portal in die uhrwerkhallen mach mal die beiden weg damit die nicht nerven ihr wünscht gemacht jawohl und los ich höre die reinigkeit nie teils zur ehre sollte so passen Okay. Gut, dann richten wir gleich den zweiten Steinbruch, weil wir brauchen schnell viel Steine. Lasst uns anfangen. Das wird ein Meisterwerk. Dann gehen wir mal kurz gucken, was sich hier unten überhaupt befindet. Das ist ein Meisterwerk. Und schwupps, haben wir genug, um ein kleines Haupthaus zu bauen. Schon so gut wie erledigt. Kämpft! So. Was ich sagen muss, was hier etwas sportlich werden könnte, ist die Nahrungsproduktion. Die Nahrungsproduktion. Die ich dann auch gleich angehen soll. Also ich glaube, ohne meine Heroes kämpfe ich mich hier nicht weiter vor. Gibt es Arbeit? So, hier. Errichtet hier mittig mal das Ding. Hier errichtet er den zweiten Steinmetz. Hier. Ich bin, ich bin, ich bin ja. das gebäude ist fertig so dann die ersten das gebäude ist falsch zur ehre schweinefarben kreisch ans werk lasst uns anfangen da wäre ich wahrscheinlich hier oben dann die gebäude die für die ausbildung und die weiteren haupthäuser ich brauche mal jetzt das mittlere gleich mal das gebäude ist fertig nächste schweinezucht das gebäude ist fertig hierhin so eine mine können wir ruhig hierhin quetschen in die hände männer so potter nach kartei